Willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zur zweiten oder dritten Mission Nördlich von hier ist ein wichtiges GDI-Verwaltungsgebäude. Zerstören Sie es, um eine Reaktion der GDI in dieser Region zu provozieren Eine Provokation provozieren? Gut, ähm, ich hab wieder keine fucking Raffinerie Aber hier gibt's Tiberium, oder? Hier gibt's nicht mal Tiberium, ihr wollt mich doch alle verarschen Ja Ich brauch auf jeden Fall die ganzen hier Tiberium-Möglichkeiten Und die muss ich dann auch gut beschützen, denn ich hab die schon oft verloren in der Vergangenheit Ich hoffe mal, dass das hier auch Geld ist und kein Rang Scheiße, das bringt's auch voll jetzt Egal Hauptsache, es gibt jetzt Geld Mehr Geheimdienstdaten, yay Hilfe Ist ja fies Ich steh viel zu nah hier am Mittelpunkt, das ist doch dumm Ich werde das hier noch nicht zerstören, weil dann wird die Karte nämlich größer Das weiße Haus ist hier oben nämlich Die Musik finde ich gerade sehr entspannend Jetzt werde ich erstmal genug Einheiten produzieren und hier oben noch die Dinge einnehmen, bevor ich das hier zerstöre Ich denke, das ist ein guter Mix Wenn man immer schön Stück für Stück baut NotMod ist bereit Keine Extravus Was geht's Wieso keine Extravus? Ich hab Hunger Gehen wir auf die Jagd Wie nervös ich denn das wär's jetzt NotMod ist bereit Zack, zack Rechte Maustaste, es öffnet sich ein Fenster, ein kleines, da gibt man eine Zahl ein 35 zum Beispiel und dann werden so viele gebaut, das wäre auch ganz einfach Mal gucken, ob das irgendwie noch eingeführt wird in späteren Teilen Zack Kriegen die hier Verstärkung irgendwie? Ich hoffe ja nicht Aber jetzt, solange ich das noch nicht zerstört habe, ist die Mission noch in der Vorbereitungsphase sozusagen Einen brauche ich noch Für da oben Die Dinger geben aber nicht unentwegt oder ununterbrochen Geld Die geben einmal auf einen Schlag alles was drin ist und dann kann man uns glaube ich wegwerfen Gehen wir auf die Jagd So, geht mal hier oben hin, Sammelpunkt Gut Was ist das nochmal? Ein Silo, was ich auch voll brauche, weil ich so viel Geld kriege hier Total notwendig Und noch ein Silo, yeah Ich glaube die kann ich direkt mal Naja, ich verkaufe sie später vielleicht, wenn ich nicht so viel Geld habe Im Moment habe ich nämlich ordentlich Bin wohl mit einem großen Startkapital gestartet hier zu Beginn der Mission, worauf ich nicht geachtet habe Gehen wir auf die Jagd Ja, da kommen sie halt immer Mit zwei Infanteristenteams ab und zu mal gescriptet, wie man sieht Und Die kann man leicht abwehren und nebenbei Schön Einheiten bauen So Kommt ihr mal mit Der wird mir doch eigentlich auch repariert, oder? Scho, da sind Reparaturdrohnen, warum machen die nix? Oh, es kommen so Es haben sich geteilt Wollen wir wohl taktisch vorgehen Witzvoll Schön Dann nehme ich euch hier Und lasse euch da als Verteidigung stehen Gehen wir auf die Jagd Los geht's Einer kommt mit Und der andere stellt sich schon mal in Position Scheint nicht mal bewacht zu werden, was? Ja, ich bin noch dabei Und Pleite würde ich 900 Dollar nicht nennen Oder 900 Credits Viel zu einfach hier durchzukommen Deswegen lieber nicht jetzt zerstören So wäre ein Fehler Töte ihn Töte ihn Ich glaube, der ist in Panik Oder der Tanz Der groovigen Tanz Irgendwas Naja, egal Er ärgert sich, dass er nicht aus dem Sektor raus kann Mach ich auch gerne So, hier ist alles erledigt Warum greift er denn Ey, die greifen jetzt schon von uns selbst an, die Idioten Trottel, ihr solltet auf mich hören Ah, gut zu wissen Jetzt kann ich die ganzen Angriffe abstellen Hoffe ich zumindest Da sind die Feinde Weg damit, schnell Schön Nicht kaputt machen Nein, ihr Idioten Trottel, Idioten Nein, er schießt doch im Wegfahren Dieser Vollhonk Hat man sowas schon erlebt? Wo ist mein Saboteur? Ja, bin bereit Jetzt zerstört er doch Rein da Wie dumm kann man denn sein? Die wollen die Mission echt schwerer machen, als sie ist Aber nicht mit mir Ich brauche noch ein paar Einheiten Und wenn ich es dann zerstöre, kann ich die einfach überrennen und direkt zum Weißen Haus durchmarschieren Das heißt jetzt Für den Moment Einfach nur warten Denn hier haben wir keine Einheiten mehr La-di-da Die Ruhe vor dem Sturm Was steht denn da drauf Ist das eigentlich realitätsgetreu? Haben wir das von Google Earth vielleicht abgeguckt Wie die Gegend hier aussieht Ich habe keine Ahnung, wie das vor dem Weißen Haus aussieht Ob es ja auch die Währung Silos gibt, ne echt? Bestimmt Und so coole Autos hier Das Auto finde ich immer noch cool Dieses dreirätrige Ah, GDI Nur GDI hier Keine Ahnung Von wegen Hier geht's runter Ich will hier raus Wieso spiegelt eigentlich die Straße? Ist das so heiß oder was? Oder ist das eine Klaasstraße? Und hier haben wir Werbung Anzeigetafel Hey Willst du mitkämpfen? War da eben Panzer abgebildet Gehen wir auf die Jagd GDI Guck mal ein bisschen Nachrichten Ja, das ist ein Panzer Offensichtlich Scheinbar hat die Bevölkerung was mitbekommen vom Krieg Gehen wir auf die Jagd Ne, es findet ja nur vor dem Weißen Haus statt Die Schlacht Und hier Die selbe Tafel, okay Gut, dann hätten wir den Rundgang Wohl so ziemlich abgeschlossen Auch mal schön ein bisschen auf die Details zu achten Gehen wir auf die Jagd Der läuft doch einfach ganz lässig rum Jo, cooles Gebäude Ich weiß von keinen Panzern Nö Boah, sind das viele Einheiten Ob das reicht? Ich glaube noch nicht Denn die haben da schon ziemlich große Basen Oder Abwehreinheiten Ich glaube die haben eine Basis hinten Direkt vorm Weißen Haus Und eine vorgeschobene Durch die muss ich dann auch erstmal durchkommen Ich könnte sie vielleicht umfahren Hm Aber dann würde ich bestimmt wieder Optionale Einsatzziele verpassen Ganz oben links und ganz oben rechts Sind glaube ich noch Kraftwerke Die zerstört werden können Für optional Für optionale Ziele Und Sonst wüsste ich aber eigentlich gerade gar nichts Außer dem vorgeschobenen Dieser vorgeschobenen Basis Die könnte auch irgendwie optional Sein Limo Jetzt hätte ich Lust auf eine Limo So, da könnte ich eigentlich Beschützer reinschicken Aber ich will das jetzt ja so in einem Sturm schaffen Die Mission So, dass ich gar nicht erst auf Abwehr irgendwie Achten muss Nur auf Angriff Oh, kein Geld mehr Kann ich die jetzt verkaufen? Ne, kann ich nicht Aber wenn ich nicht aufpasse Zerstört die GDI irgendwann diese Was die überhaupt nichts bringt eigentlich Denn die geben mir ja kein Geld mehr Aber die haben halt irgendwas gegen Tiberium Dummdi-dum Erste Tiberium vertreufeln Und dann selber Nutzen daraus ziehen Das haben wir gern Niedliche Spielfahrzeuge Nein, das sind keine Fahrzeuge Das sind irgendwelche gelagerten Tonnen Chemikalien Kann ich das kaputt machen? Nö Von weitem könnte man denken, das wären Autos Also so, ähm Kraftwagen Kräftige Wagen 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 Und so weiter Sieht fast gar nicht mal irgendwie Schneller aus als bei der letzten Mission Wo ich eigentlich nur einen Ton hatte, oder? Hatte ich mir später nicht noch einen zweiten geholt Naja Schnell genug, würde ich sagen Gehen wir auf die Jagd Weil das ist die ganze Karte Voll von meinen Einheiten Ähm Ist mir trotzdem noch zu wenig Dummdi-dum-di-dum Das Wettrüsten hat einseitig begonnen Dummdi-dum-di-dum Zerstören die der GDI Logistikzentren rum Gut, mach ich Nieder mit der Logistik Keiner steht auf Logik Wir sind hier bei Tiberium Woos Wir stehen auf Tiberium Zack, 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 zack So, wenn die durch sind, dann Dann kann's losgehen Ich häng sie alle ab Alle Ähm, nein, lieber nicht, lieber nicht Sonst schießen die wieder das Teil kaputt Gehen sie mal lieber hier hin Du schießt nicht, wehe Du schießt nicht, du schießt Du, 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 du Bleibst hier So Warum können die jetzt zivile Fahrzeuge Von sich aus nicht kaputt machen? Normalerweise ist Nord immer gegen die Bevölkerung Und scheinbar sind sie zu schwach Hat der ein Schutzschild oder was? Das mega super Überauto So ein Material brauch ich für meine Panzer Das ist mal ein Sportwagen Der arme Innsaster, der hat bestimmt Angst Wie im Kino 4D Ja gut, lasst's mal Jetzt fährt er einfach weiter Hier durch Wenn ich ihn jetzt vorbeilass, fährt er da weg Und berichtet der GDI bestimmt Ja, wenn man Skrin später spielt Also die Aliens Dann kann man Von Natur aus Alle zivilen Leute und Fahrzeuge und Gebäude Ah, er geht weg Er hat die Schnauze voll Die kann man dann zerstören Und angreifen Normalerweise ging das mit Norden Anderen spielen Und hier ist halt irgendwie Skrin Haben die die Rolle eingenommen Schön, schön Ich dachte gerade, da wäre irgendwie ein Panzer im Vorbeifahren So ein Mammutpanzer Aber das war nur die Werbeanzeige So realistisch ist die hier Überhaupt nicht verpixelt Mehr Einheiten Ich brauche mehr Und was ich wegmachen kann Ist auf jeden Fall Das und das Eindeutig Kampftruppe Die brauche ich hier Oben nicht Die kann ich Ich würde sie ja hier reintun Aber das bringt wohl kaum was Die kann ich so weit schießen Deswegen stelle ich sie einfach mal davor Vielleicht sollte ich sie mal in dieses Gebäude tun Das wäre ja vielleicht Ein Kompromiss Sind sie immer noch ein bisschen in Sicherheit Rein Rein da So ähm Da rein Oder lieber hier rein Das ist noch viel sinnvoller Man lasst dann habe ich keine Zweibeiner mehr hier rumstehen Zerstören sie das GDI Logistikzentrum Gehen wir auf die Jagd Und das sagen wir jetzt alle zwei Minuten Weil sie es sonst vergessen Ähm Denke ich kann es versuchen Ich würde ja eigentlich gerne die optionalen Ziele auch noch schaffen Aber da reichen die Einheiten glaube ich nicht für Dann würde ich sagen Bevor ich mich auf die gelben Hauptziele konzentriere Mache ich einfach die Kaserne und ähm Kraftwerke Nicht die Kraftwerke Die Kaserne und die Waffenfabriken kaputt Gehen wir auf die Jagd Und dann habe ich vielleicht eine Chance noch Hier richtig aufzuräumen Das Ding ist halt meine Möchtegernpanzer Hier sind sehr sehr schwach in der Verteidigung Im Angriff sind zumindest die Notmods Sehr ordentlich Besonders gegen Gebäude und Fahrzeuge Und die hier Gehen wir auf die Jagd Der flexible Raketenlenker Warum kann ich diese Autos nicht zerstören Wegschieben oder übernehmen Wir stehen hier nur im Weg rum So ein Sportwagen ist fast so groß wie so ein Notmod Gut gut Ja ich denke mal Ich versuche es jetzt einfach mal Wird schon schief gehen Genug Zeit verrödelt Alles auf Angriff Boah das gibt jetzt ein Gemetzel Los los Die da links lasse ich einfach mal links liegen Im wörtlichen Sinne Angriff Die sind glaube ich getarnt sogar Das wird ein Problem Ja ich weiß Wo ist der vorgeschobene Posten Der ist noch gar nicht errichtet worden scheinbar Cool Schnell weg damit Die optionalen Ziele gibt es noch nicht mal Schnell Vielleicht können sie sie vorher hin Achtung Commander Die GDI Eingreiftruppe kommt schnell näher Sie benutzen V35er für ihre Luftangriffe Also kümmern sie sich schnell um ihre Luftabwehr Naja Jetzt schon Ich konnte jetzt schon die Mission beenden Ich will aber nicht Ich will die optionalen Ziele noch machen Wann kommen die endlich? Und wo ist hier vorgeschobener Stützpunkt? Wann kommt die? Ah ja Das ist auch noch ein Bonusziel Ganz vergessen Ja ich warte jetzt Einflugschneisen Das sind hier links und rechts Können die noch Sachen bauen ohne Bauch? Die hatten nicht mal einen Bauch oder? Die bauen einfach Woher? Wieso? Welche Truppen nähern sich von Südosten? Gehen wir auf die Jagd Ähm Hier ist drei Moment Drei war jetzt das Zerstören sie fünf Da muss ich hier welche postieren oder was? Ich hab was für sie Gut Dann stelle ich die da hin Ich bin ja froh Dass die da hier nicht von sich aus angreifen Dann holen wir sie mal vom Himmel runter Gehen wir auf die Jagd Kein Problem Nein Nein Westen Das ist links Zum Glück habe ich da sowieso ein paar stehen Ein Glück Waren hier nicht irgendwie noch Kraftwerke die zerstört werden müssen? Die kommen bestimmt noch Genau wie dieser vorgeschobene Stützpunkt eigentlich da sein sollte Vielleicht kommt der ja auch noch Ich hab was für sie Bisschen Platz lassen vielleicht Sonst hat man zu wenig Rangiermöglichkeiten Da rüber Hol das Danke Geld 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 Das schöne ist beide Einheiten Buggys als auch Notmods können Luftangriffe abwehren Schon erreicht Ja das ist mir ja eigentlich jetzt egal Denn ich hab das Bonusziel erreicht Gibt es nicht noch ein neues Bonusziel? Scheint nicht so Dann beende ich die Sache jetzt einfach oder? Ich denk mal wenn irgendwann die Verstärkung aufhören Dann kommen die Kraftwerke die Optionalen Aber ist ja egal Ich mach sowieso nicht immer die Optionalen Von daher weg damit Das weiße Haus Wenn wir schön ansehen Jetzt kommt hier gleich eine neue Fahne hin Das war ja gar nicht mal so schwer wie befürchtet Hätte lange nicht so viele Einheiten bauen müssen Und Alles geschafft Okay dann Dann war das irgendwie die falsche Mission Und hier gab es keine Kraftwerke scheinbar Hand von Nord Ja 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 Kommt jetzt wieder eine Videosequenz Mist doch doch eigentlich oder? Hey das ist neu gekommen Mann sie räumen da vielleicht auf Das ist ja fast zu leicht Na gut Die Kane immer sagt Niemals nachlassen Dringen sie in Hampton Roads Naval Base ein Damit wäre der größte GDI Hafen lahmgelegt Inzwischen landen wir mit Nachschubtruppen an allen Küstenabschnitten Das wird ein schöner Anblick Glauben sie mir Ja fast zu leicht Nur fast Aber es ist wieder sehr schön Ich krieg scheinbar Verstärkung Und ich liebe Verstärkung Während der Mission Gut dann machen wir das hier aber Erst beim nächsten Mal Denn die Mission ist wieder vorbei Oha Die Karte erinnert mich an was Okay aber dann erst beim nächsten Mal Es wird interessant Ich glaub die wird wieder ein bisschen schwieriger Sem 4 Nord Und dann sag ich Macht's gut Bis zum nächsten Mal